Immer schön, immer schön, immer tiefe Einladung. Und jetzt. Ich werde jetzt wieder in der Hand ziehen, das soll Schlaf sein. Das soll Schlaf sein für den Kopf nach vorne ziehen, nach vorne zu können, das ist nicht verstanden. So schön, Patrick, die miteinander hat. Ein letztes Mal. Sehr schön. Ein letztes Mal. Atme tief an. Schlaf! Immer tiefer, immer tiefer, immer Patrick, immer tiefer. Sink rein, immer tiefer, lass dich tiefer driften. Immer tiefer entspannen. Komplett relaxen. Sehr schön. Patrick, was ich jetzt möchte, ist, denk dich an einen Ort zurück, wo du dich komplett entspannt gefühlt hast, wo du dich richtig schön erholt gefühlt hast. Bist du an so einem Ort an der Gefühle nicht? Sehr schön. Denk an diesen Ort zurück. Und dieses Gefühl wirst du jetzt an deinem ganzen Körper spüren. Spürst du das an der Gefühle nicht? Sehr schön. Es ist ein schönes Gefühl. Patrick, ich werde dich jetzt gleich bis 3 zählen. Wenn ich bis 3 gezählt, werde ich dich an deine Zahl bitten, dass du eine Zahl zwischen 1 und 1.000 wächst. Eine Zahl zwischen 1 und 1.000. Du wirst bei der Zahl 487 stehen bleiben. Hast du nicht verstanden? Mir geht's nicht. Du wirst deine Meinung oft genug ändern, aber du wirst am Ende bei der Zahl 487 stehen bleiben. Hast du nicht verstanden? Mir geht's nicht. Es wird für dich eine vollkommen freie Wahl sein. Hast du nicht verstanden? Mir geht's nicht. Sehr schön. Ich zeige bis 3. Dann machst du die Augen auf. Und ich werde dich bilden, meine Zahl zwischen 1 und 1.000 zu denken. Hast du nicht verstanden? Sehr schön. Ich zeige bis 3. Wie geht's dir soweit? Ganz gut. Okay. Wir haben ja vorhin noch von diesem Antrieb gesprochen. Patrick, du wolltest ja mental machen. Ohne es laut zu sagen. Denk mal, die Zahl zwischen 1 und 1.000. Egal welche. Kannst du öfters hin und her switchen. Hast du eine Zahl? Nicht auch so. Hast du nicht? Denk mal an die erste Ziffer. Nur denken. Nichts sagen. Das ist eine 4. Ja. 4. Wir haben nichts abgesprochen. Das ist wichtig. Okay. Wir haben die zweite Ziffer. Das ist eine 8. Ja. Und die letzte. Das ist 487. Alter Schwede. Ja. Stimmt's? Ja. Alter Schwede. Meine Zahl war 487. Zahl zwischen 1.000. Wir haben nichts abgesprochen. Alter. Freiwahl. Ja. Wir haben nicht frei. Okay. Okay. Gib mir mal die Haft. Okay. Schlaf. Patrick. Ich werde jetzt bis 15. Dann bist du wieder voll da. Du fühlst dich komplett erholt. Kommt dir relaxt. Das Gefühl, von dem wir gerade gesprochen haben, wird dich weiter durchstrimmen. Hast du mich verstanden? Nee. Sehr schön. Du kannst dich an alles erinnern, was wir gerade gemacht haben. Du wirst es lachend in Erinnerung haben. Hast du mich verstanden? Sehr schön. Ähm. Du bist dich komplett erholt. Kommt dir relaxt. Dann bist du wieder voll da. 1, 2. Aber die Wahl. 3 Abs Panel. 3, 5 Meter. Tabad. Okay. Okay.